Ein Rückzugsort zwischen rauschenden Blättern im Kronendach, der Traum von fast jedem Kind. Von genau so einem Baumhaus habe auch ich als Kind geträumt. Im Osten Deutschlands, an der polnischen Grenze, steht ein ganzes Baumhausdorf. Hier suche ich nach Inspirationen für mein eigenes Haus in den Baumkronen, das ich im Dschungel von Costa Rica bauen will. In dem mittelamerikanischen Land habe ich schon einen Platz dafür gefunden. Seit 1987 habe ich dort die Wipfel erforscht und mit dem Franzosen Roland Lelain das Holz für mein Baumhaus gepflanzt. Jetzt ist es reif für die Ernte. Um zu lernen, wie Baumhäuser gebaut werden, habe ich mir einige in Costa Rica angeschaut und werde noch viele andere in aller Welt besuchen. Die Baumhäuser auf der Kulturinsel Einsiedel sehen aus wie aus einem Märchenbuch. Verwinkelt, verwunschen, urig und schief. Wer sich das wohl ausgedacht hat? Mit kindlichem Eifer kommt auch schon der Vater dieser Baumhauswelt angebraust, Jürgen Bergmann. Hi. Hallo. Ja, Wahnsinn. Das ist ja eine Welt für sich hier. Ja, bestimmt. Das habe ich mir immer als Kind geträumt, eine Baumhauswelt. Wahnsinn. Zeig mir doch mal ein bisschen, was ihr hier Tolles habt. Jürgen entführt mich in seine Wipfelwelt. Angefangen hat hier alles vor über zehn Jahren mit einem kleinen Baumhaus, in das ich Jürgen zurückgezogen hatte. Mittlerweile stehen auf dem Gelände seines Kulturvereins mehr als 20 Baumhäuser und Jürgens Geschichten über angebliche frühe Siedler sind mindestens genauso verwegen wie seine Bauten. Ein Siedl ist eine Baumhaus-Erlebniswelt für Groß und Klein. Und dazu gehört auch eine Legende über ein Volk namens Thuisede, das hier angeblich einst in Baumhäusern lebte. Das ist die Geschichte von diesem wunderbaren Baumhaus, das älteste Baumhaus-Hotel. Ja, das erste, ne? Älteste sagt man doch nicht, das erste. Das erste, natürlich, das erste. Der bedeutendste und immer noch schönste. Und immer noch schönste Baumhaus-Erlebniswelt in Deutschland. Aber du hast gesagt, das ist alles hier viel älter. Naja, im Prinzip ist das an sehr historischem Grund hier. Vor circa 1000 Jahren gab es hier eine große Hochkultur von dem slawischen Volk, das Volk von Thuisede. Wir vermuten, dass ein Teil dieses Volkes dort auch gelandet ist in den Bergen. Und wir haben praktisch so ein altes Baumhaus wieder aufgebaut, als Baumhaus gebaut. Weil die haben ja auch zum Teil in Baumhäusern gelebt damals und haben da drinnen einfach ein Museum installiert über dieses Volk. Alles, was wir gefunden haben bis jetzt. Und da gehen wir jetzt mal rein? Ich fühle mich wie auf einer Zeitreise in einem Fantasy-Roman. Da geht's hoch? Ja, genau. Das ist der Aufgang hier? Du hast es nicht anders gewollt, bitte. Ah, ja, also jetzt hier rein. Ab in die Röhre. So hatte ich mir den Aufstieg in die Baumhauswelt allerdings nicht vorgestellt. Ist aber eine ziemlich originelle Idee. Passt zu Jüngs Fantasiewelt. Und hier sind jetzt die Artefakte dieses berühmten Volkes. Ja, alles, was wir so bisher auftreiben konnten. Aber es gab schon ganz spannende Dinge. Die hatten also Kontakte zu allen möglichen Völkern auf der Welt. Und so haben sie gelebt und gewohnt. Die Kurgisier, sehr schön. Und was hier? Die Turiseda. Und hier gehst du jetzt mal rein. Das ist einer der Geheimgänge, einer der großen Geheimnisse. Das sieht ja gruselig aus. Na, komm ich auch wieder raus? Ich folge dir, dass du nicht verloren gehst. Das beruhigt mich. Gut, tschüss. Ja, und die kann man da von außen noch mal sehen, ganz gut. Gefährlich. Schau mal, da, wo der Baum rauskommt. Da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Und dort hinten die Gitterröhren, da kommst du auch aus dem Tunnel-Teil raus. Also es ist praktisch ein bisschen ineinander verwoben, unterirdisch und überirdisch. Ist ein Labyrinth eben. Super. Drüben ist unser Multikulti-Koppel. Und das hier ist jetzt das berühmte Baumhaus-Hotel. Ja, kann man so sagen. Zumindest das erste und immer noch schönste in Deutschland. Tudü. Wo wohn ich? Da? Ja, ich glaube, das ist genau dein Baumhaus hier oben. Toll. Die Kräuterhütte ist für mich vorgesehen. Hier sind die Kräuter. Das sieht doch wirklich nach Kräuterheizern aus. Mein Baumhäuschen für heute Nacht. War ein bisschen umständlich. Alle Wipfel-Domizile haben einen Namen, ein Thema und ein Symbol. Mein Baumhaus ist der Kräuterhexe Barbadoro gewidmet. Oje. Das ist ja wirklich direkt im Wipfel hier. Mitten in der Baumkrone. Mal gespannt, wie mein Gemach da ist. Die Kräuterhütte war eines der ersten Baumhäuser, die Jürgen hier gebaut hat. Das ist ja total süß hier. Von der Barbadoro, der Löffel-Liebhaberin, das Häuschen und mein Bettchen, weil er sich ja gut schlafen lässt, nicht so sehr windet. Mal sehen, ob die Hexe mich gut schlafen lässt. Aber es haben ja schon viele Gäste die Nächte hier gut überstanden. Hm. So, das war dann die Nacht im Baumhaus. Richtig ausgeschlafen bin ich nicht. Es hat geknackt und geknackt. Aber es war ganz toll. Und jetzt versuche ich mal den Notausgang hier. Das war mit Volldampf, ging die erste Nacht im Baumhaus zu Ende. Das war toll. Also ich muss jetzt wirklich feste planen, wie mein eigenes Baumhaus aussieht und treffe jetzt gleich den Jürgen wieder. Die Gästebaumhäuser sind alle über Holzbrücken miteinander verbunden. Und seit dem Bau meiner Kräuterhütte sind noch einige hinzugekommen. Und hast du hier ein Lieblingsbaumhaus oder eins, das du sagst, das wäre ganz besonders gelungen? Kann man so nicht sagen, aber es gibt natürlich einfache und größere, die luxuriöser und schöner sind. So eins gehen wir jetzt. Und das ist hier jetzt links, rechts? Rechts, rechte Seite. Du hast einen sehr einfachen geschlafen aus der ersten Generation sozusagen. Und das ist schon ein bisschen etwas Spannenderes hier. Mit Türglocke, das ist ja toll. Das sieht ja mal nochmal toller aus. Das hat ein richtiges Wohnzimmer. Ja. Oder Esszimmer oder Schiffsbuch oder... Ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Das ist das Piratenschiff, mit dem ich nach Costa Rica sedele. Ja, ja. Ja, also war ich schon unterwegs mit so einem... Tor als so eine Wikinger. Die Schlafzimmer sind auf der anderen Seite. Nee, nee, die sind da oben drüber. Die sind da oben drüber. Da können wir nach gucken gehen, ne? Da geht's hoch. Das ist ja klasse. Die Bettchen mit Vorhängchen. Toll. Also mehr Baumhaus wird jetzt nicht mehr. Nee, mehr Baumhaus geht nicht. Und hier geht's auf die Terrasse. Blick zum Sonnenaufgang nach Polen. Ja. Nach Ost. Die Führung ist noch nicht zu Ende. Jürgen will mir noch sein Büro zeigen. Jetzt hier links, was ist das für ein tolles Haus? Das ist so ein Schlafhaus aus Beton. Also ist nur ein Bett drin. Unser Gästezimmer sozusagen. Und wir haben das einfach mal getestet, ob das funktionieren wird. Mit so einer Betonkugel. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Toll. Hier geht's jetzt noch höher. Das ist jetzt aber die letzte Etage, oder? Ja. Wir sind so, glaube ich, über 10 Meter hoch. Und höher geht's dann nicht mehr. Ich bin schwer beeindruckt von hier diesem ganzen Baumhausdorf. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mit diesen Baumhäusern anzufangen? Naja, das ist ja verrückt. Unser Freizeitpark ist ja auch an einer Stelle, wo eigentlich man niemals einen Freizeitpark bauen würde. Das hat sich einfach nur so ergeben, weißt du. Und dann waren die Gäste, die müssen halt sehr weit fahren bis zu uns. Und dann haben wir gemerkt, dass die also gerne übernachten möchten. Haben ein Tjana-Tippies hingestellt am Anfang. Und das war natürlich vom Luxus, von der Qualität zu schlecht. Und dadurch, dass wir sowieso Baumhäuser bauen, noch für andere, so dachte ich, Mensch, wir bauen ein Baumhaushotel. Und dann haben wir das da so durchgezogen. Also verrückte Sachen aus Holz, aber Baumhaus. Aber Baumhaus ist doch dein Thema. Du hattest vorher hier ein Baumhaus, bevor das alles anfing. Wie bist du darauf gekommen, auf die Bäume zu ziehen? Naja, das kommt aus der Kindheit, logischerweise. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit und durfte viel machen, was ich wollte. Und hab dann auch mit meiner Bande Baumhäuser gebaut und so weiter. Und irgendwie hab ich das geschafft, das ins Erwachsenenleben mit rüberzuholen. Es gibt doch hier ein Baumhaus, was ich DDR-Zeiten schon gebaut habe, wo ich ein halbes Jahr drin gewohnt habe, richtig. Und wie soll ich sagen, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das erste Baumhaus, das ist in 80er Jahren gewesen. Also vor der Wende. Und hast du das mit eigenen Händen gebaut? Ja, sicher. Damals gab es noch keine Firma. Und das macht doch unheimlich Spaß. Bloß natürlich mit einer großen Firma ist die Schlagkraft viel größer. Also es stehen in kürzere Zeit viel mehr und größere Sachen. Und wann fing das an, dass du für andere Baumhäuser gebaut hast? Ja, genau genommen haben wir mit dem Tag der Währungsunion eine Firma gegründet. Und hab mit einem Mitarbeiter damals angefangen, große verrückte Dinge aus Holz zu machen. Mit einem Grundprinzip, nämlich dass wir das immer selbst entwerfen. Und nur auch eigene Entwürfe bauen halt. Und jedes Mal ein Unikat. Und dieses Grundprinzip hat sich bis heute durchgezogen. Das klingt ganz toll. Und wir sind ja hier mitten auch in einer wunderschönen Natur. Da stelle ich mir sehr viel Vogelgezwitscher vor. Das habe ich heute Morgen ja auch gehört. Aber es klingt jetzt etwas anders. Es hammert und sägt. Und ist das hier jeden Tag so? Packst du manchmal auch ein bisschen mit an, damit es schneller geht? Also es zwitschern die Muttersägen praktisch. Genau. Naja, prinzipiell relativ selten. Ich habe natürlich auch eigene Projekte, immer wieder irgendwas Besonderes, was ich mir herausnehme, selber machen zu dürfen. Aber in der Regel ist mein Job halt, am Computer sitzen und im Auto zu sitzen. Und hier geht's rein in die Baumhausstube. Jürgen ist ein Meister seines Fachs. Was windschief und charmant, selbstgezimmert aussieht, ist präzise geplant und weit komplizierter als ein gerader architektonischer Bau. Auch, dass die meisten seiner Baumhäuser gar nicht in die Bäume gebaut sind, sondern auf krummen Stelzen stehen, ist kaum zu erkennen. Kein Computerprogramm kann das abbilden, was Jürgen sich vorstellt und plant. Und das hier ist die geheime Werkstatt. Ja, das ist Erfindung. Hier entstehen die großen Fantasien. Das ist ja toll. Ja, genau. Hier werden die Dinge entwickelt, konstruiert. Von euch entwickelt. Und die kommen hierher? Also, das fängt immer damit an praktisch, dass wir hinfahren und angucken, was wirklich gebraucht wird, analysieren. Ja, was heißt hinfahren? Die sind nicht für hier bestimmt. Für uns bauen wir das wenigste. Wir bauen fast alles für andere Freizeiteinrichtungen in ganz Westeuropa. Und diese? Und das sind jetzt Spezielle, die wir in Frankreich gebaut haben. Das geht über das Modell, kann man eben auch gut mit einem Auftraggeber das zusammenentwickeln, also seine speziellen Wünsche einarbeiten lassen. Also man sieht das ganz gut, wir bauen das immer in zwei Phasen. Zuerst wird das aus Pappe die Idee umgesetzt, und darüber kann man schön diskutieren und leicht verändern. Und dann wird das die reine Konstruktion im Nachhinein dann gebaut auch. Also wir drüben, Anja ist gerade an so einem Projekt, wo man das wunderbar sieht. Ich finde es sehr schön, wie das funktioniert. Okay. Das sieht toll aus. Das ist sozusagen die Modellskizze, wo das Ganze probiert wird, wie das so aussehen könnte. Das ist für mich ein tolles Modell. Und da kann man auch viel dran verändern, leicht, ne? Aber dann muss nochmal ein richtiger Konstruktionsmodell entstehen, wo alles stimmt, die Genom stimmt, die Statik stimmt, Transportmaße stimmt und so weiter. Und das wird also richtig korrekt aus den entsprechenden Hölzern gemacht, wie das dann maßstabgerecht in der Hiebwirklichkeit ist. Ein ganzes Künstlerteam ist hier am Werk, das die Baumhäuser sowohl für die Kulturinsel Einsiedel als auch für Parks in ganz Europa entwirft. Die meisten Baumhäuser werden auch gebaut, aber die Modelle bleiben in Jürgens Archiv. Von wegen zwei, drei Modelle. Wie viel sind das denn? 2.354? Das ist ja irre. Das ist eigentlich schon hunderte, aber ich denke, das ist nur ein Teil von denen, was wir gebaut haben. Jürgens Modelle sind wirklich wahre Kunstwerke. Aber die Häuser wären für mich zum Wohnen vielleicht auch ein wenig zu verspielt. Doch ein paar gute Anregungen habe ich hier in jedem Fall gefunden. Vor allem, was die Brücken und Zugänge zu den Baumhäusern betrifft. Inzwischen gibt es solche Baumkronenpfade auch ohne Baumhäuser. Wie hier im Nationalpark Edersee, den ich zu einem ganz besonderen Event besuchen möchte. Zu einem Wipfeldinner. Es ist ein sehr massiver Baumkronenpfad. Auf Pfählen gebaut und barrierefrei. Als Zugang zu meinem Baumhaus wäre so ein Pfad genau das Richtige. Und eine große Terrasse, um unter freiem Himmel zu dinieren, klingt auch nach einer guten Idee. Hier gibt es keine Affen in den Baumkronen, aber eine Hinweistafel für die heimischen Wipfelbewohner vom Eichhörnchen bis zum Schwarzschleuch. Die Zutaten für das Dinner rollen schon über den Wipfelpfad. Und ich suche den Gastronomen, der sich dieses besondere Event ausgedacht hat. Nikolaus Schley von der Fischerhütte am Edersee. Sind Sie auf die Idee gekommen, hier oben Wipfeldinner zu veranstalten? Die Idee ist bei der Eröffnung des Baumkronenwegs entstanden von den beiden Betreibern. Und wir haben oben so einen kleinen Empfang gemacht für die Offiziellen. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, das ist eigentlich der Platz der Plätze. Wer hier oben sitzt und fein Dining macht, besser geht nicht. Wenn das Wetter stirbt. Die Leute bestellen im Vorfeld ja grundsätzlich nur das Dinner. Die wissen gar nicht, was es gibt. Ich muss also oben nochmal so ein bisschen drauf eingestellt sein für Vegetarier, Veganer, nicht Fischesser, nicht Fleischesser. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute dann doch schon auch die einfachen Sachen, die ich mache, wo das Produkt im Vordergrund steht, sehr genießen. Und dann sind es auch viele Leute aus der direkten Region, die es einfach mal anders nutzen wollen hier bei uns. Weil Bäume und Buchen haben wir ja nur wirklich genug. Wir haben ja jetzt den Nationalpark voll mit Buchen. Aber dann über den Buchen zu sein, ist schon eine andere Geschichte. Also wir werden heute Abend einen heimischen Rinderschinken haben, den ich von meinem Biometzger. Dann haben wir einen selber gemachten Thumpferschinken, den wir gemacht haben. Dazu gibt es Wildkräuter, die nur mit Zitronen und Olivenhut angemacht werden. Danach haben wir ein wunderschönes Stück Fleisch, zehn Wochen trocken gereift mit Tomaten. Die ersten, die jetzt wirklich reif geworden sind, leider noch Gewächshaus, aber wirklich sehr schöne Sorten. Und zum Schluss gibt es vom Vatissi-Bachhaus-Badwildung eine Waldbeer-Zart mit Zitronen. So ein Wipfeldinner ist schon etwas ganz Besonderes. Und bei meinem Baumhausentwurf werde ich ganz sicher daran denken, einen solchen Platz mit einzuplanen. Aber vor der endgültigen Planung will ich noch ein paar weitere Baumhäuser aufsuchen und finde am Fuße von Schloss Berlepsch im Herzen von Deutschland ein ganz besonderes Projekt. Robins Nest. Das ist wirklich genau so, wie ich mir als Kind ein Baumhaus vorgestellt habe. Um den Baum herum gebaut und märchenhaft, noch vis-à-vis von einem Schloss. Schloss Berlepsch gilt als schönstes Schloss von Hessen und ist wahrlich ein märchenhaftes Gemäuer. Kein Wunder, dass die romantischen Baumhäuser gegenüber besonders bei Hochzeitsgästen beliebt sind. Feiern im Schloss und kuscheln im Baumhaus. Peter Becker ist der Herr dieser Baumhäuser. Der Designer wohnt selbst in einer winzigen Hütte am Rande seines Baumhausdorfes und hat sich hier im Schlosswald von Berlepsch einen Lebenstraum erfüllt. Die Baumhäuser hat Becker alle in- und aufbuchen gebaut. Ohne Stützen, nur von den Bäumen gehalten. Darauf ist er besonders stolz. Die Küche hat er mit Blick aufs Schloss in einer rostikalen Blockhütte untergebracht, vor der er seinen Gästen auch das Frühstück serviert. Und er unterhält auch gerne mit seinen vermeintlichen Abenteuern als Schlossrebell. Baumhäuser beflügeln die Fantasie. Doch mich interessiert vor allem der Ursprung. Nee, das Frühstück machen wir selbst. Also das macht Robin Hood selber. Genau. Also das ist aus dem Wald geerntet dann. Genau, genau. Peter, die Baumhäuser hier am Schloss, das ist ja wirklich was Außergewöhnliches. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wir waren wandern im Buchenwald und haben uns dann auf eine Buchenwaldlichtung gelegt und Ideensuche betrieben, Brainstorming nennt man das ja. Und dann war das so, dass ich in die Buchen hochgeguckt habe, in die Bäume und plötzlich kam mir, okay, hier muss ich ein Baumhaus bauen. Und zwei Sekunden später habe ich das mit Schloss Berlepsch in Verbindung gebracht. Schloss Berlepsch hatte gerade angefangen, gastronomisch wieder auch aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen. Und ich kenne die Familie Berlepsch auch schon seit lang und ich bin ein Freund der Familie und da war mir das ganz nah, okay, ich muss das mit dem Schloss Berlepsch in Verbindung bringen. Wir hatten den Anspruch auf jeden Fall, Baumhäuser zu bauen, die ohne Stelzen, also Fundament, mit dem Erdboden verbunden sind. Und unsere Baumhäuser sind mit Klemmring befestigt, aber zusätzlich auch noch mal verbolzt, quasi, wir haben durch den Baum auch durchgebohrt und nochmal eine zusätzliche Sicherheit dadurch reingebracht, durch die ganzen Witterungseinflüsse und da halt hundertprozentig safe zu sein, dass da auch nichts runterrutschen kann dadurch nochmal. Und schädigt das dein Baum nicht? Also es ist schon eine Verletzung für den Baum, aber er kann dadurch auf jeden Fall nicht sterben. Also wir haben das mit einer Spezialfirma aus München gemacht, die verbolzt seit 25 Jahren. Es ist noch kein Baum krank geworden oder gestorben durch diese Verbolzung und du musst halt immer darauf achten, dass möglichst wenig von dem Cambrium beschädigt wird, das heißt von der Rinde von dem Baum und das Kernholz innen drin, das sind jetzt keine Schmerzen für den Baum, das ist halt wie Knochen bei uns Menschen, würde ich sagen. Erstaunlich, was ein Baum verkraften kann. Doch mit dem Wachstum der Bäume müssen auch die Baumhäuser angepasst werden. Eine ständige Herausforderung, die in den Tropen noch größer ist. Doch auch hier müssen die Baumhäuser wetterfest sein und der erste Regen naht schon. Ist ja total schön und es regnet ja schon heftig, aber man merkt ja gar nichts. Ja, das ist der, die Buchen, die sind oben in den Kronen, jetzt lieber schnell rein, ja. Das ist ja superschön, hier kann man es aushalten, auch bei Regen. Und die Deko kannst du mir gleich da anlasen, auch wenn es die Hochzeitsdeko ist. Das ist mein Lieblingsbaumhaus hier, das Korkhaus. Ja, kann ich, glaube ich, gut beschwingen. Gestern war das eine Flitter-Moon-Suite. Ja, das Hochzeitspaar hat hier drin geschlafen, haben das schön dekoriert. Mit EMU, mit den Baumhäusspezialisten aus Berlin, habe ich die Häuser im Grundriss von der Plattformkonstruktion und so, hat er die entworfen und das Interior-Design, die Ausstattung, das Deko-Material ist, was du siehst, habe ich zum großen Teil mit besorgt. Und die Handwerker haben das dann umgesetzt. Also die haben das, also das hast du nicht selber gesägt und geschraubt, sondern das hast du machen lassen, aber... Genau. Wow. Müssen wir jetzt hier raus oder ist das noch nicht gefährlich? Das ist noch nicht gefährlich, nein. Solange du noch keine Angst hast, müssen wir hier noch nicht raus, nein. Also wenn das jetzt nicht blitzt ohne Ende, dann ist das auf jeden Fall... Bei Windstärke 12 sollen die Baumhäuser verlassen werden, aber du siehst, da bewegt sich hier kaum was. Nö, das ist mir gar nichts. Und das da drüben, das ist das einzige, wo der Baum dann mitten durchs Haus geht. Kann man da auch reingehen? Genau, unser Stammhaus. Auf jeden Fall, wenn du dich über die Hängebrücke draust. Ach klar, habe ich kein Problem mit. Und jetzt fängt es auch noch richtig an zu regnen. Jetzt aber schnell, jetzt regnet es wirklich. Und jetzt sind wir hier im Häuschen, das echt um die Buche gebaut ist. Genau, hier geht der Stamm durchs Haus. Ist dicht, ich sehe es, ich glaube es hier jetzt. Ja. Ist noch nie Wasser durchgekommen? Doch, also wie du hier siehst, hier kamen früher die Regentropfen entlang runter. Aber... Habt ihr dicht gekriegt? Wir haben es dicht gekriegt, oben mit Neoprenmatten. Und ja, Spezial, Baumhausmaterial, das richtig dicht gemacht. Ich glaube zwei, drei Mal, zwei, drei Versuche und dann hat es geklappt, wie du siehst. Kommt nichts an. Dicht. Sehr schön, da kann man immer den Baum am Abend zum Einschlafen. Ja, da kann man hier mit dem Baum einschlafen, ja. Kann man schön lieb haben. So, das ist unsere Trockentoilette, unser kleines Separe mit einer Bio-Trockentoilette. Das wird getrennt, fest und flüssig und Emalje-Wassschüssel mit einer Wassergelose. Also nichts für fließend Wasser im Baumhaus? Nein, haben wir nicht. Wir sind im Wald, das ist rustikaler Standard hier. Ging nicht mit den Wasserleitungen? Das ging nicht. Und wo dusche ich jetzt? Im Moment noch drüben im Schloss. Genau, wir wollen aber auch unser eigenes Sanitärhaus bauen nächstes Jahr wahrscheinlich. Dann gibt es Wassertoiletten und Duschen im Nest. Also das probiere ich jetzt nicht aus, vielleicht später mal. Keine Zeit. Dann gehen wir. Und hat schon wieder aufgehört zu regnen. Die Sonne ist wieder da, sehr schön. Peter will mir noch ein ganz besonderes Baumhaus zeigen. Das etwas abgelegener im Wald liegt. Oder besser gesagt, hängt. Und das hier ist jetzt die Deutschland-Premiere? Genau, das ist unser mittelalterliches Raumschiff. Also Baumhauskugel. Hier gelandet. Die erste Baumhauskugel Deutschland, nach meiner Recherche. Und die hängt jetzt hier an wieviel Buchen? An drei Buchen haben wir die befestigt. Die erste Baumhauskugel Deutschlands. Und hängt an wieviel? Also hängt hier toll. Ja, jetzt sind wir hier so auf 3,80 Meter. Eine freischwebende Rampe im Team oben. Also die ist bombenfest. Ein Stahlseil hält sechs Tonnen. Und schwanken tut es auch ein kleines bisschen. Jedenfalls. Jetzt ist da ein bisschen Wind draußen. Die ist ja aufgehangen, freischweben. Das heißt, die bewegt sich auch. Und es hält auch? Wenn wir jetzt hüpfen, nee. Also ein Stahlseil hält sechs Tonnen. Nee, das habe ich nicht. Nee, brauchst keine Angst. Auch nach dem guten Frühstück habe ich das noch nicht. Genau, in Eigenregie haben wir uns das ausgedacht. Minimalistisches Design. Auch alles wieder aufgenommen von der Kugel. Die Dreiecke, Podestbett mit Dreiecken, dreieckiger Tisch, dreieckiger Hocker. Wollten wir das Design beibehalten. Ich habe es jetzt da draußen ein bisschen Grollen gehört. Was ist bei Gewitter? Habt ihr Blitzableiter oder sowas? Nee, das wäre, also, da müssten wir hier ungefähr 120 Blitzableiter installieren. Dann bräuchtest du ja auf jeden Baum einen Blitzableiter. Und wir haben Notunterkünfte im Schloss. Also, wenn wirklich ein starkes Gewitter kommt und du hast hier Blitzendonner. Sollte man nicht im Baumhaus sein? Genau, sollte man dann das Baumhaus verlassen bei starkem Sturm auch auf jeden Fall. Aber so ist das ja noch hier? Nein, Gott sei Dank. Aber du sagst uns Bescheid, wenn es dann so weit ist. Ja. Ich darf das mal fotografieren als Inspiration für mein Baumhäuschen in Costa Rica. Das ist nämlich ganz toll. Das gefällt mir super gut. Gerade auch mit den geometrischen Formen. Das ist ein bisschen zu wenig durchlüftet wahrscheinlich für die tropischen Temperaturen. Aber da könnte man ja so das ein oder andere Fenster näher werden. Das ist ja ein 360 Grad Himmel. Also, es gibt nichts Schöneres, wenn du hier auf dem Bett bist. Also, die Witter kann ich mir schon hier auch toll vorstellen. Ja. Und hier könnte man einen Ventilator wahrscheinlich noch dranhängen. Bett vielleicht ein bisschen tiefer, dass man noch ein Moskitonetz hinkriegt. Prima. Auch wenn ein wasserdurchlässiges Dach für den Dschungel vielleicht doch keine gute Idee ist, habe ich hier viele Inspirationen bekommen. Das Schloss ist der starke Partner für die abenteuerlichen Wipfeldomizile, gewährt Schutz bei Wind und Wetter und ist nicht nur für Baumhausbesucher geöffnet. Zum Speisen und Duschen bleibt den Wipfelgästen allerdings noch keine andere Wahl. Erbaut wurde das altehrwürdige Gemäuer bereits im 14. Jahrhundert und im Grafen von Berlepsch. Es ist eines der wenigen Schlösser aus dieser Zeit, das noch im Original erhalten und noch heute in Familienbesitz ist. Auch ich muss zum Duschen ins Schloss und bin geladen von den Grafen von Berlepsch. Aber zuvor will ich mir noch die Familiensammlung anschauen. In einem kleinen Museum ist die Geschichte derer von Berlepsch ausgestellt mit allen Ahnen, die es bis zum 15. und 14. Jahrhundert gab. Ein Familien-Stammbaum erzählt die ganze Geschichte. Aber wie kamen die von Berlepsch zu den Baumhäusern? Also wir versuchen diesen Ort zu erhalten. Früher war es so, dass das Schloss für uns da war, um uns zu schützen. Heute sind wir für das Schloss da, um es zu schützen. Und wir müssen immer wieder neue Wege finden, um dieses Denkmal zu erhalten. Und wir als 20. Generation haben uns gesagt, wir wollen es touristisch erschließen. Und das tun wir jetzt. Ist aber ja was ganz anderes im Garten sozusagen, im Wald, im Schlosswald, die Baumhäuser, ein bisschen verwegen, Robin wie Robin Hood? Passt auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz, aber auf den zweiten Blick sehr, sehr gut. Weil wir sind hier alle sehr naturverbunden. Und wir haben das Konzept des Mittelalters voll und ganz aufgenommen. Und Peter mit seinen Baumhäusern ist ja genau das Gleiche auch. Back to the roots. Und insofern sind das zwei Kontrastaspekte, die aber sich letztendlich auf den wichtigen Aspekten sehr gut miteinander verbinden. Und die Baumhausbewohner, sag ich mal, die Gäste vom Baumhaus, die kommen zum Essen her, so wie wir jetzt als Gäste. Ist das meistens so? Ja klar, das ist ja nur ein Steinwurf entfernt. Ist auch so vom Konzept her so gedacht? Natürlich, wenn bei uns Gäste heiraten, dann übernachten, als Highlight übernachten dann die Gäste im Baumhaus. Und wenn die Baumhausgäste was Tolles erleben wollen, dann kommen sie zu uns. Und das ist eine wunderbare Verbindung. Graf Sittich von Berlepsch und seine Familie tafeln heute mit uns Wipfelbewohnern. Eine illustre Runde, die mich daran erinnert, wie wichtig gute Nachbarschaft und gutes Essen sind. Auch bei einem Baumhaus. Die Welt der Baumhäuser hat mir jetzt schon viele wunderbare Gesichter gezeigt. Traumhaft waren sie bisher alle. Aber für mein eigenes Baumhaus schwebt mir noch etwas Modernes vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017